so 89 minute ist angekommen so ich komme schon mal live also jeder der jetzt live ist hat er steht fest norm ist auch am start norm ist sehr wohl es ist aufgewacht kati hat geschrieben ob wir saufen saufen wir eben saufen ist das nicht das ist gemütliches miteinander kennenlernen oder so so sieht es aus darauf kann man sich nennen deswegen wie gesagt die 90 minute ist jetzt angebracht angebrochen 00 zum fazit kommen gleich ist ja noch aktuell live also alles noch offen deswegen jetzt noch mal abwarten wie gesagt nomi hat es eine sekunde früher als ich jetzt können wir vielleicht noch mal rauspacken gleich 90 minuten ist am start jetzt noch mal toni groß schönes ding jetzt mario gomis wieder abgeblockt von den polen schade und jetzt noch mal jetzt kirchner wieder geblockt von dem polen block schön jerobe hoteng behauptet den ball und schön gesehen mesut Özil schöne flanke ins nichts tja schade dann konnte der polen verteidiger gut klären einwurf deutschland das macht bene höwedes persönlich nomi ist auch am start jetzt geht es noch mal um alles hier jetzt komm schönes ding da verlieren sie das ding leider in der abwehr drei minuten nachspielzeit die erste ist gleich um jetzt mal schauen was kommt muss man kommt jetzt ist jetzt da so das geht nicht müsste da stehen so jetzt noch mal mesut Özil rechte seite bene höwedes noch mal zurück zu özil sami gedira auf toni groß der hat noch mal ein auge wieder zurück zu toni groß boating muss laufen hat ihn aber noch mal anderthalb minuten sind noch zu spielen in der nachspielzeit jetzt müller mit einem guten versuch aber leider ins nichts schade so die zweite minute der nachspielzeit ist gleich um ja da kommt doch nicht mehr dran schade 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 jens grüß dich ein beobachter schon mal er hat auf jeden fall eier wenn er mit zuguckt ja dann mach doch ist doch online das musste auf meine seite vielleicht schauen so schade abwehr von polen steht echt sicher muss man das habt ihr nicht gehört jetzt das ist eigentlich eine gelbe karte ist meine meinung weil es ging nur nach dem man genau so jetzt haben wir noch mal eine chance nachspielzeit ist jetzt aktuell um jetzt kommt das ist eine glasklare gelbe karte jetzt haben wir es noch mal in der wiederholung gesehen jetzt macht toni groß vielleicht hat man doch mal ein geistesblitz nur um 70 sekunde früher mal sehen was abgeht jetzt jetzt toni groß jetzt leute toni groß arm freistoß jetzt geht's ab toni groß oh fabianski hält bombe und das war's deutschland polen 0 zu 0 da wird es schon dunkel beim musik ein punkt also ich muss sagen ich persönlich das war natürlich ja verlorene zwei punkte bisschen oder was sagst du norm definitiv also zweite halbzeit hat man sich wirklich war gar nichts mehr zu sehen hat man sich wirklich eine menge noch erhofft von kommis hat man leider gar nichts groß gesehen und ist auch nicht oft gesucht worden beim anspielen bei den flanken hast du gelitten jawohl ja ne also die zweite halbzeit war nicht so vielversprechend wie wir es uns erhofft haben polen polen hat natürlich gut dagegen gehalten hat zwei drei gute konter noch gespielt hat gut losgelegt schon in der zweiten halbzeit gleich zu beginnen an mit einer gefährlichen szene hallo mama hallo mama sag mal schöne grüße zu mama schöne grüße mama ja die mama ist die beste ne sowieso schön was jetzt wieso jenny ist auch die beste jenny naja deine mama die mama ist immer die beste das klar hallo margit liebe grüße tantchen sauber ist auch dabei sehr schön nein leute was war das für ein krampf spiel ja muss man sagen also ich habe mich ja ich habe mich ja gefreut habe es vielleicht ein bisschen zu enthusiastisch gesehen gegen ukraine ja aber heute jetzt wisse ich gar nicht was wie nennst du das wie was machst du was machst du jetzt aus dem punkt wie willst du das einordnen ja ich meine die polen haben gut gestanden standen tief ja haben gut verteidigt die möglichkeiten die sie hatten haben sie irgendwie genutzt die haben wir gut vereitelt jetzt ist gerade boateng am mikro und ich sag mal boateng auch für mich ein überragendes spiel was sagst du nur ja klar keine frage er hat ein absolut geiles spiel gemacht hat gut verteidigt hat in seiner position wieder alle ihr und seinen namen alle ihre gemacht aber ja ich hätte mir trotzdem wenig und wenn es ein tor gewesen wäre wenigstens ein tor gewünscht dann haben wir jetzt hier einen punkt geholt klar ist jetzt nicht so dramatisch aber schöner wäre es gewesen wenn wir heute noch mal drei punkte mitnehmen könnten das stimmt definitiv also was was versteht kein schwein ihn doch versteht man doch norm versteht man also ich muss sagen ich habe es auch laut genug gemacht das gerät also norm dich versteht man auf jeden fall ne ähm das ist das trifft es genau mein speicher ist voll bin ich jetzt noch online oder nicht achso steht da also ich bin noch online mein speicher ist voll das ist nicht schlimm jetzt fällt mein tablet um norm fällt runter darf nicht runter fallen hör mal auf hör mal auf hör mal auf bitte ich guck doch mal ja wie gesagt also nochmal zum fazit genau das passt ungefähr ne so ne zunge raus ist irgendwie treffend ne das stimmt schon nein aber es war natürlich eine halbzeit die ähm hätte man besser gestalten können ich hatte mir mehr erwartet und auch mehr erhofft von von gommes aber hat leider nicht so gefruchtet glaube ich wie auch jugi löw wollte ne von daher echt schade ja wir haben uns ein bisschen die zähne ausgebissen kann man ehrlich nur so sagen ne ja also polen mit polen ist auf jeden fall zu rechnen das steht fest also die kann man die muss man ein bisschen auf dem zettel haben oder definitiv auf jeden fall also ich glaube die statten hinten gut die haben vorne natürlich gut druck gemacht und haben natürlich viele schnelle spieler die können natürlich schnell kontern wenn es die möglichkeit her gibt also ist auf jeden fall eine mannschaft die man nicht unterschätzen sieht oder darf auf jeden fall aber im prinzip haben sie ja nur den robert also nur in anführungsstrichen den robert lewandowski wenn man das spiel verfolgt hat dann hat man gesehen vieles ging über robert lewandowski also echt fast jede station ball verteilt und so weiter und so fort robert lewandowski ist auf jeden fall der mann der das ding am leben erhält bei polen ne das muss man schon lassen die haben viele spieler auch ich sag mal abwehrtechnisch auch der der lukas bischek gut gespielt die in verteidigung stand echt bombe bei denen kein kein durchkommen ist schon polen kann auf jeden fall zerstören weil sie von hinten raus schnell kontern können haben sie auch ein paar mal gezeigt da kann man froh sein dass wir eigentlich so eine stabile abwehr haben auf jeden fall auf jeden fall kann man nicht anders sagen ne und grad marke sagt auch ja aber getroffen hat der robert auch nicht das stimmt er hat ein paar chancen aber den muss man halt immer auf dem zettel haben das ist halt extrem ne das ist der ist so gefährlich er kann blitzschnell auch beidfüßig zack macht eine bude das geht so schnell bei fc bayern beim fc bayern oft genug bewiesen und ja toni groß für mich heute auch wieder auch eigentlich ein überragender ball verteiler weil jetzt gerade im interview steht das war jetzt für mich eine überleitung da drauf ja was hast du sonst zum also für mich persönlich Mesut Özil ein Ausfall mal wieder ja nicht nur Mesut Özil da gab es auch wie gesagt Mario Kötze auch absolut ja kann man halt nicht anders sagen absolut nichts gesehen von diesem mensch weiß ich nicht warum der aufgestellt wird und Mesut Özil ja müsste man eigentlich auch austauschen und ist auch nicht unbedingt erforderlich diesen Menschen aufzustellen weil man sieht halt einfach nichts das stimmt jetzt schreibt Nomi ab ins Bettchen Mario hat ja Freimorgen Tante Margit da muss ich dich leider enttäuschen ich habe kein Freimorgen ne Norm hat auch kein frei der muss ein bisschen früher raus ich meine ja na du genau genau deswegen wir machen es gar nicht auch wir übertreiben es gar nicht lange mit der Übertragung das Video kann man sich anschauen ich werde es auf YouTube hochladen auf meinen Channel mal gucken wie das so passt da kann man sich das alles nochmal anschauen ja im Prinzip was sagst du zu dem nächsten Spiel wir müssen ja als nächstes gegen die Nordiren was schätzt du denn ich meine da sind wir wieder am Start was sagst du? auf jeden Fall naja Nordiren klar auch erstmal keine große Mannschaft aber halt auch nicht zu unterschätzen also müssen wir sehen klar da müssen wir den Sack auf jeden Fall zuschnüren es fricht da zu gewinnen schon alleine weil Polen auch noch ein Spiel hat logischerweise und man nicht weiß wie Polen spielen wird wird es ja sicherlich auch eine geile und wie soll ich sagen eine herausfordernde Partie nochmal für Polen werden gegen die Ukraine zu spielen auch zwei klasse Mannschaften die da nochmal aufeinandertreffen aber Fakt ist bei uns auf jeden Fall wir müssen im letzten Spiel den Sack zuschnüren und das können wir nur machen indem wir drei Punkte umgehalten ja sehe ich auch so Margit Nachti schlaf schön für dich auch gedrückt und das packen wir auch und ich finde das war ein gutes Statement die Nordiren sind nicht zu unterschätzen die musst du auf jeden Fall irgendwie versuchen kaputt zu machen weil die stellen sich auch nur defensiv rein ich weiß gar nicht wann spielen wir eigentlich als nächstes habe ich gar nicht so offen Am 21. spielen wir Mario Danke, danke gut dass ich ihn habe Am 21. und da ist die Besonderheit 18 Uhr und die letzten Gruppenspiele in jeder Gruppe finden praktisch zeitgleich statt das heißt Polen spielen zeitgleich mit Deutschland Am 21. Nicht schlecht, habe ich gar nicht so gewusst bis dato Ja, es finden beide Spiele 18 Uhr statt parallel sozusagen sehr gut wunderbar gut ich würde sagen das war kurz und knapp Deutschland Polen Fazit war mehr drin und unentschieden geht in Ordnung unterm Strich muss man sagen weil der, der das eine Tor geschossen hätte der hätte auf jeden Fall gewonnen das sage ich so einfach nur das habe ich schon eingangs gesagt und ja deswegen uns bleibt nur nichts weiteres übrig als euch eine gute Nacht zu wünschen macht euch eine schöne gute Nacht schönes Wochenende und ähm wir hören und sehen uns dann zum Deutschland Nordirland Spiel würde ich sagen vielleicht auch wieder vielleicht wieder mit Normen vielleicht ist er am Start ich weiß es nicht müssen wir mal gucken hat auf jeden Fall mir sehr viel Spaß gemacht Cousin mir auch war sehr lustig war schön und äh lasst einen Daumen oben auch im YouTube Channel nachher genau wie gesagt ich lade es am Wochenende versuche ich es irgendwie hochzuladen und mal gucken wie wir das so hinkriegen ansonsten ja fühlt euch gedrückt macht euch einen schönen Abend und wir sind raus ciao ciao Nachti Nachti Ciao ciao